Die Chichipbin-Reaktion, auch Chichipbin-Amin-Reaktion, ist eine nukleophilearomatische Substitutionsreaktion zur Herstellung von zwei, vier Aminopyridinen oder Chinolinen und wurde erstmals 1914 von Alexej Evdniewicz-Chichipabin beschrieben. Dabei wird in einem für nukleophile Angriffe aktivierten Heteroaromaten ein Wasserstoffatom substituiert. Die nukleophile Substitution wird an Heteroaromaten durchgeführt, deren Elektronendichte durch Induct IV und Missummereffekte herabgesetzt ist.